Liebe Kulturfreunde, wir kommen heute wieder zusammen für eine Bücheraktion. Damals im Dezember, Weihnachten hatten wir die erste und jetzt ist heute die zweite vor Ostern. Und mein Wunsch war, dass ihr, liebe Leser, möglichst viele Büchertipps gebt für die schönen Feiertage jetzt um Ostern und natürlich auch für die vielen Leseratten, die immer suchen nach neuen, tollen Büchern. Und wir haben ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen. Es wurden 69 Büchertipps gegeben von über 50 Teilnehmern, die hier uns geschrieben haben. Und wie ich ja schon erzählt hatte, gibt es sogar einen kleinen Preis zu gewinnen. Und zwar dieses wunderschöne Buch über Christo und seine Aktion letztes Jahr in Italien, The Floating Peers, war eine große Geschichte. Und Tausende von Menschen sind gekommen, um das zu sehen. Und da gibt es jetzt hier so ein Bildband und den kann heute einer gewinnen. Und dafür haben wir eine kleine Ziehung gemacht. Hier sind alle drin, die sich beteiligt haben. Und zu meiner Seite ist die Anna. Hallo. Hallo Anna, du bist ja schon häufig dabei mit Artikeln. Genau. Und was hast du zuletzt geschrieben? Zuletzt habe ich letzte Woche einen Artikel geschrieben über die Premiere von Winterreise am Gorki Theater. Das ist die Uraufführung eines Stückes, das das Exilensemble dort zusammen mit Jairon erarbeitet hat. Super. Ich hoffe, ihr habt es auch alle gelesen, weil es ist also auch ein tolles Stück. Es lohnt sich auch reinzugehen und insofern war das eine schöne Geschichte. Wir hoffen, dass Anna noch ganz lange bei uns bleibt. Na klar. Ja, und heute sind wir hier mit ihr zusammen. Sie darf heute die Ziehung machen und den Gewinner rausholen. Machen wir nochmal so ein bisschen so Schüttel-Schüttel, ja. Anna, du musst dich jetzt leider umdrehen mit deinem Kopf und du darfst nur mit der Hand hineingreifen nach hinten und schön rumwühlen. Und die Gewinnerin ist Stella Heinrichs aus Berlin. Super, super. Das ist Hinrichs, glaube ich, sogar. Hinrichs, alles klar. Entschuldigung. Freut mich sehr. Die Stella kenne ich auch persönlich. Schauspielerin vom Ernst-Busch-Hochschule und heute am Theater in Schwerin tätig. Also, Stella, ich freue mich, dich zu sehen und dir das Buch zu übergeben. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Lest schön die vielen tollen Bücher und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Dankeschön. Tschüss. Ciao.